Ich kann das ja nicht jeden Tag einfach neu machen, weil das, das ist ja ein Haufen Zeitaufwand auch. Halt das muss man verstehen ein bisschen, dass man da nicht immer up-to-date sein kann. Halt immer hundertprozentig, nicht korrekt. Servus Gato Anna Quista, willkommen im Stream, hello! So runter mit uns, dann werden wir mal schauen, wo wir da hin müssen oder was es da gibt, irgendeinen Schatz. Ich glaube, da kann ich runtertauchen. Ja, die besiegen kann ich sowieso nicht. Ja, genau, das ist so Arsch. Ich hätte speichern sollen, wieder davor, wieder vergessen. Zwei Wochen, um die Uhr, um die Jahre ist ja zwei Wochen einfach so Ferien, das ist in Deutschland normal. Nein, ich habe wieder nicht gespeichert. Ich hätte glaube, zumindest das eine Mal habe ich gespeichert, da hinten. Bei dem Gegner. Na komm, greif mich an. Na, na. Ich zeige es gleich da nicht. Das geht mir am Arsch, bitte, das gibt es nicht. Ja, ich weiß, Philipp, ich soll speichern, aber das ist, wenn du das nicht am Kontroll hast, ich muss jedes Mal wieder auf die Tastatur greifen, das nervt. Und dann denkst du nicht immer an Speichern. Ich tue ja nicht, ich tue ja nicht als Spielspielen normalerweise, dass ich speichern kann, jede zwei Minuten. Wenn Menschen so eine Autospeichern-Funktion einbaut haben, können sie es gleich. Blöd genommen, alle zwei, halt eine Minute oder alle, weiß nicht, wenn ein Tagezeichen absolviert ist oder sowas, oder ein Gegner besiegt ist, sollen es speichern. Na ja, dann sollen sie es machen, aber... Aber das ist unnötig, dass ich das... Ja, okay, jetzt gibt es nicht. Ja, okay, jetzt gibt es nicht. Das kann ich jetzt vergessen, ich weiß nicht, warum ich den jetzt nicht schaffe. Na, gib bitte, was ist denn jetzt los, wieso schaffe ich den jetzt nicht mehr? Das gibt es nicht, das kann es nicht geben. So ein Dreck, was ist denn jetzt mit mir los? Das ist ein Dreck, was ist denn jetzt mit mir los? War das der jetzt? Wieso war der jetzt nur Level 4 und vorher war er Level 9? Ganz check ich es noch nicht. So, speichern. So, auf mit dir. Brauche wieder die Weltkarte. Den einen lasse ich jetzt aus, weil den schaffe ich jetzt noch nicht. Und den das jetzt mit dem Wegpunkt. M2 SSD, ja, M2 sind ja im Endeffekt. Die Schnittstelle ist ein bisschen schneller als der SATA, aber nicht wirklich viel, weil es über den gleichen Controller wieder geht. Also, reich ist gut, wenn man über M2 verbaut. Aber es ist jetzt nicht unbedingt... Nein, was macht der? Der rennt einfach rein. Runter mit dir. Das stimmt, das ist aber wirklich süchtig machend. Keine Ahnung. Das Arga EU. Cool wäre es, wenn man halt auf einen gemeinsamen Server oder sowas kommt. Da muss ich jetzt irgendwie runter. Speichern wir nochmal ab. Das muss doch irgendwie gehen, dass ich da hinkomme. Ich glaube, einmal auf der Oberfläche einfach. Jetzt ist runtertauchen. Nein, und einschlag und du bist hin, oder was? So, schnell, 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 schnell rauf. Und schnell dort irgendwo ans Ufer. So, das haben wir auch geschafft. Irgendwie zwar nur. Hochheilen wieder. Das ist teuer, wenn man eine schnelle M2-Festplatte will. Wieso? Die M2 kosten ja nicht wirklich mehr als andere. Und langsamer oder viel schneller sind die auch nicht. Ich muss unbedingt da jetzt die Gruppe besiegen. Aber da wären wir mit... Na, ich arbeite nur mit meinen Schultschildern zumal. Na, das gibt's nicht. Meinen ersten Treffer hat mich der schon. So, da haben wir mal die erste Partie. So, einer fehlt noch. Schön gemacht, perfekt. Das Dorf wieder besiedelt. So, perfekt. So, perfekt. Gefahr gebannte Bevölkerung zurückgekehrt. Wir werden da jetzt aber looten. Wir werden da jetzt aber looten. Ähm. 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 Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden, ich werde dir nie vergessen, was für uns getan hast. Was ist jetzt los? Wieso haben sie mich die umgebracht? Was war da jetzt gerade? Weil ich gestohlen habe, oder will's? Ganz hab ich das nicht gecheckt. Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Solange die Schüssel voll ist, nicht meine Schuld, dass er unter die Kurve bewaren geht. Musste er auch den Helden spielen. Worum haben mich die angerufen? Wie, bitte, seid ihr wirklich wegen ihren Stehlen, oder was? Das ist ja nervig, wenn ich nicht einmal stehlen darf, das ist ein bisschen was. Hätte ich mir vorher alles nehmen sollen, bevor ich den letzten umgebracht habe. Dann wäre nichts passiert, oder wie? Ja, jetzt greift mich der da hinten an und an. Ja, okay. Ja, jetzt... Nicht in die Coolliste hinein, da. Komm schon, komm, nirgends. Ja, vergieß es. Ich darf da nicht stehlen, das bringt doch nichts. Ah, Junge. Das ist nervig, du hast Geld verloren. Ja, ist ganz klar. Zuerst du ich ihnen die Stadt da befreien und dann... ...geben es mir nicht einmal die paar Sachen, die noch herumliegen. Wie eine Frechheit, was ist das da für ein... ...dann kannst du mit dem Boot über Wasser reisen. Gut. Wir werden aber... ...zu dem Ort noch hinreisen, würde ich sagen. Äh, mein Pferd? Wieso kommt mein Pferd nicht? Ja, keine Ahnung. Da müssen wir halt die 200 Meter laufen. Soll das auch nicht so tragisch sein. Ich muss auf jeden Fall unsere Waffen reparieren, weil die sind ziemlich im Arsch. Wir werden da kurz einmal speichern davor. Boah, da sind ja wieder ein Haufen Gegner. Ja, genau. Habt ihr mich doch gern. Geh. What the hell? Das gibt's ja nicht. Da kannst du nicht nur durchlaufen. Nein, nein, Takumi will ich nicht, da will. Vielleicht ein anderes Mal. Heute aber nicht mehr. So ein Drecksding, Arscher. Weil ich mache auch heute, weiß ich nicht mehr, ein Zeitl schon noch. Nein, ich will doch... Komm rüber, Blöds. So, wir müssen da durchlaufen. Renn weiter. Schreck dich nicht so viel. Wir müssen da durchlaufen, habe ich gesagt. Schreck dich nicht so viel. Ich würde sagen, da gehen wir aber ohne dich hinein. Und dann brauchen wir auf jeden Fall wieder irgendwo mal einen Händler, oder was? So. Oh, die blocken ganz schön gut. Boah, der ist aufgeschlitzt worden. Boah, der ist aufgeschlitzt worden. Und mein Schwert macht ja keinen Schaden mehr, weil es ja rot ist. So, mein. So. Gut, das haben wir auch geschafft. YouTube ist ein schweiß Schicker. Gut.